Hallo zusammen und willkommen zurück. Wir zocken Lucky Fahrerrohr auf dem höchsten Einsatz. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Vergesst auf jeden Fall nicht direkt am Anfang das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und einfach generell aktiv zu sein. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Kommentare sind auch immer super. Und ansonsten gucken wir jetzt einfach mal, wie es läuft und wie weit wir kommen werden. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.